Was macht? Setzst du es jetzt auf Youtube? Klar! Warte, warte, warte! Läuft der schon, oder? Ja, die läuft schon! Dann legen wir los! Ach, du meinst die Kamera! Ja, genau! Heute ist Otto da! Prima! An der Tankstelle? So, mal auf! Damit zu Zeiten und Tagen kommt den vielen Reichtum der Natur Für welche Mann ist hier sein Lebensbaum zu manchen Zeit am Hals, die gehen hier Oft fing ein Tag wie ein Märchen an Die Sonne strahlt durch den Rot nach Nacht Wie lang es nicht mit seinen Silberblick getankt die Wahn zu stellen Den ist sowieso verhaft Du hast all die Kraft Schau dir ins Gesicht Richtig erkannt Lässt die Wunden schwinden Herz mit Liebe schont ein Tier Und tötet nichts Und tötet nichts Die Sehne nährt Verstand Und Schmerzen wird so erbrennt Ich stehne zwar heute hier Ich kenn ja die Ständen Aber im Lied Ist es noch mal mit drin im Text Ich stand im Wald Und ich fühl mich heizende Wut Eint hier mit Pelzkämpfe Von der Blut Schau in Augen Die vermitteln Ängste, Schmerz wie Glut Ich zittert gleich mit Sag mir, wo sind die gefallen nun? Die Namen des Wahnsinns Rante Leute Die stecken elegant Im Grenzbereich Den falschen Stolz Vernichten sie das Land Du hast all die Kraft Schau dir ins Gesicht Richtig erkannt Lässt die Wunden entspenden Herz mit Liebe schont ein Tier Und tötet nichts Weg die Sehne nährt Und schau dir Prima Spannende Musik 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 Jetzt kommt der Wolf Musik Er hat sie durchgezählt, sind alle sieben noch da Bis später Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 BANAY! 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 Jetzt nehme ich mal das Blatt! Komm her, mein Freund! Boah, ich merks. Aber... Danke dir für die freie Bier! Boah, ich mache das. Paranoi! Paranoi! BANAY! 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 Und wer jetzt wollte für Youtube... Und ich schalte schon mal ein. Für meinen Freund hier! Komm, pick dich mal! Jawoll! Hallo, Zone! So, sollte fein! Wenn ich beginne, dann musst du's sagen! Ich bin der Klempner deiner Seele, verlei dir meine Fantasie! Ich bin besorgt! Und bleib dein Trost für dich! Erfind so meine Melodie! Hahaha! Damit die Erdherz flippern! Hallo, Ben! Hallo! Hallo, Kotton! Ich bin dein Kampf, der endlos kämpfen kann! Ich bin dein Mut, verzicht auf Stolz! Ich bin der, der dir dein Leben lehrt! Dazu klopp' ich auf mein Holz! Hallo, Kamera! Hallo, Youtube! Pias Wolle! Doch! Wenn deine Seele! Hammer läuft! Ich bin kein Nüchter! Nee, du willst du! Wenn dein Körper sich nicht mehr bewegt wird, bei der Hände es nicht schwirren! Denn das Rätsel des Lebens haben wir alle gelöst! Von der Erde und die Speer tun! Aus der Erfahrung haben wir alle gelernt! Die Hände schau' ich zu gut zu! Die Hände schau' ich zu gut zu! Ich bin dein Brot in der Not! Und auch dein Asken! Und wenn du bist auch dein Handy! Ich hab' fast alle schon verloren! Doch ich geh' mich gar nicht vor dem Rübeck! Auf wie zu meine Melodie! Ich brauch' keinen Kampf, denn mich erinnert die Natur! Und das ist Gold und wahre Mut! Denn der entsteht! Auch die Lübe blüht! Bis an die Knie! Hallo! Klar! Wenn deine Säle amorten, gegen eine Sterne! Wenn dein Kölbe sich nicht mehr bewegt, meine Himmel herrsicht! Und das Rätsel des Lebens haben wir alle gelöst! Und hör' den anderen nicht mehr zu! Aus der Erfahrung haben wir alle gelernt! Die Hände schau' mir zu gut zu! Die Hände schau' mir zu gut zu! Da kann er noch weg! Ich bin dein kleines Raumschiff in der Preis! Für dich nicht unbekannte Wölzer! Meine Gedanken werden dann zu Geist für mich! Sehr aber nie dunkle Gestalten! Ich bin dann dort, wo ihr auch landen sollt! Und wär' schon hier mein Reich aufbaut! Denn nur dort werd' ich mein Herde sein und der Menschheit nicht mehr vertraut! Doch! Wenn deine Seele amorten, gegen eine Sterne mehr für mich stört! Wenn dein Kölbe sich nicht mehr bewegt, mein Himmel hör' es nicht mehr! Denn das Rätsel des Lebens haben wir alle gelöst! Und hör' den anderen! Politiker, hör' zu! Nicht mehr zu! Aus der Erfahrung haben wir alle gelernt! Denn da schau' mir Zukunft zu! Denn da schau' mir Zukunft zu! Denn da schau' mir Zukunft zu! Genüttt! Jawoll! Super! Leute! Habt ihr noch eine Krone für mich übrig? Danke dir, mein Freund! Hier, pass auf! Ich gebe dir... Da drauf ist meine Homepage! Das Bild, was ich dir gegeben hab' Und äh... Hast du ein Stift hier? Du kannst mich gerne anrufen! Mein Kutu! Kein Problem! Wir müssen mal zusammenkommen! Da ist ja keine Telefonnummer drauf! Ja, aber Internet oder E-Mail oder was? Nee, ich hoffe nicht! Da ist nur eine Homepage drauf! Ich schreib' dir das auf! Yeah! Hier, ich hab' eine Fender! Ich hab' drei getan! Ich spiel' mit vier! Ich spiel' mit vier Keyboards mit den Füßen! Ich spiel' Flöte! Alles! Super! Ich brauch' nur deine Kamera! Achso! Du musst ja alles machen! Also macht's gut! Hallo YouTube! Macht's gut! Bis, bye, 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 bye! So! Hier ist Wolle! Fertig mit dem Fenster! Musste also neu rein! Die Scheibe hab' ich rausgenommen! Sauber gemacht! Und jetzt dichte ich ab! Und mit was? Wolle? Handtuch zerschneiden? Nö! Das haben wir woanders gemacht! Heute haben wir andere Möglichkeiten! Also! Ich zeige euch heute mal, wie man einen BH herstellt aus dem Einkaufsteuer! Stopp natürlich, ne? Okay! Geht los! Damit das Video nicht zu lang wird, habe ich ihn schon zerschnitten, vorbereitet! Wow! Also! Man nehme einen Penny oder Aldi, ist egal! Einkaufsbeutel! Dann schneide man ringsrum, für den Rahmen zum Abdichten, schneide man ganz einfach zwei solche Bänder aus! Komm her! Du darfst auch mal fallen! Okay! Und dann! habe ich zwei Henkel! Die man sieht! Und so! habe ich auch eine BH! Ja! Hahaha! Was macht? Setzches jetzt auf YouTube? Klar! Na, wo's die trifft! Und mal... Oh Gott! Ja, so! So! Und hier oben! Läuft der schon, oder? Ja, die läuft schon! Guck! Dann legen wir los! Ach, du meinst die Kamera! Ja, genau! Heute ist Otto da! Prima! An der Tankstelle? Äh! Wo ist die Partei? Sticky! So! Mal auf! Damit zu Zeiten tragen kann! Dem vielen Reichtum der Natur! Für welche Mann ist hier sein Lebensbaum! So manche dreht am Hals die Gegend! Oft fing ein Tag wie ein Märchen an! Die Sonne strahlt doch der Rot nach Nacht! Gern es nicht mit seinem Silberblick, Gibt dann den Wahnsinn zu stellen, der dich sowieso verharrt! Pfff! Du hast all die Kraft! Schau dir ins Gesicht! Richtig erkannt! Lässt die Wunden schwinden! Herz mit Liebe! Schont ein Tier und tötet nichts! Die Seele nährt Verstand und Schmerzen wird so erblinden! Ich steh zwar heute hier, ich kenn nicht anständen! Aber im Lied ist es noch mal mit drin im Text! Ich stand im Wald! Und ich fühl mich heizt ne Wut! Ein Tier mit Pelzkämpfe von der Blut! Schau in Augen, die vermitteln! Ängste, Schmerz wie Glut! Ich zittert gleich mit! Huch! Sag mir, wo sind die gefallen? Nun! Die Namen des Wahnsinns Ranteläude! Die stecken elegant! Im Grenzbereich des falschen Stolz! Verrichten sie das Land! Du hast all die Kraft! Schau dir ins Gesicht! Richtig erkannt! Lässt die Wunden schwinden! Denn! Herz wie Liebe schon an dir und Töne! Nee! Die Seele nährt! Das hat uns von so an Blätten! Wenn's da nicht! Prima! G Dieter! Der Blues ist ein Freund, was jeden Spieser fremd. An jedem Song ist was dran, bald fremd wie wieder tut diesmal. Mit diesen Deinen Alltagssorgen, du wirst doch sowieso betrogen. Der Blues ist in der Not, ein bester, dein grüßter Freund. Was kümmert euch denn mein Gesicht? Ich brauch doch euer Mitleid. Auch brauch ich nicht euer Geld, ich lebe doch nicht in diesem. Der Blues gehört zu meinem Leben, das Tramble und die Jeans gepflegt. Komm, wer bringt denn hier die Welt hintereinander? Ein Tramble! Ein Tramble! Jetzt steh' ich zurück! So sind wir geworden, mit Worten wie Assis werden wir beworben. Doch Tramble, die an der Piste stehen, die kann das nicht gleich jeder verstehen. Mit Lumpen nehmen wir Opposition, mit Worten wie den Krieg verschwähen. Doch was gehen euch meine Lumpen an? Da hängen nach! Da hängen nach! Da hängen nach! Länder und Tränen dran! Tramble, die an der Autobahn stehen, das sind wir. Tramble, die an der Autobahn stehen, das sind wir. Tramble, die an der Autobahn stehen, das sind wir. Tramble, die an der Autobahn stehen, das sind wir. Wir tragen nun eben alle Jeans, hören bloß aus Nullins und wenn die Welt zergeht, ein Tramble geht stets ein Weg. Hallo, danke ihr seid auf YouTube! Was machst du? Setzst du es jetzt auf YouTube? Klar! Ja liebe Margit, das hier, dieses Bild ist noch Arbeit, bevor deins drankommt. Das hier, hm, Wolle! Und das ist das Tösterchen mit dem Hund. Hm, er wurde eingeschlebert, wurde zu krank. Jo, und das ist auch noch in Arbeit. Noch nicht fertig. Bis später! Ich dazu nicht mir gebetet, dass ich dich nicht mag. Hallo! �� brennen Peekaboo, peekaboo. Yes. Peekaboo, peep everyone. Yes. Hi, Cody. You're cute. Hi, Cody. Peek above you. Yes. Okay. Hi. Hi! Peekaboo! 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 Hi! Hello! Hi Cody! Peekaboo! Peekaboo! Hi! Why are you out? Peekaboo! 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 Yes. Peekaboo! Look! Who's that? Peekaboo! Peekaboo! Thank you. Peekaboo! Peekaboo! Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. Hallo, hallo. Ja, 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 ja. Sie sind mit dem Fahrrad da. Sie sind mit dem Fahrrad da. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, stehen und drüben. Ich übe an einem Lied, das sing ich, das sing ich, es ist ein langes Lied. Mein guter Zettbeuger war dafür, Kuckuck, Texter, Rot, 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 Rot. Halt, ist auch das, was jedem Menschen gut tut. Halt da rein. Warte mal, er muss korrigieren. Halt aus, ist der Lohn. Wenn dir auch Not droht, doch halt weg, dass du zu weit zu leer warst. Ich übte lange mein Lied, kenn keine über Stunden. Neunundneunzig Jahre werden mir mal irgendwann, dann sind wir alle wieder wundern. Meine Mütze, nach dir rein singt, obwohl es ein Lied. Du wirst von Dingen träumen. Und ihr dürft zählen. Nicht nie zu hoffen wagen. Denn mein Traum wird niemals scheuen. Halt ist auch das, was jedem Menschen gut tut. Was denn was? Halte ein, was du selber dir versprachst. Halte aus, ist der Lohn, wenn dir auch Not droht. Doch halte weg, was du zu feige zu dir warst. Seitdem, bin ich hier noch nicht. Ich bin zählen. Bis zum Schluss. Jetzt siehlen. Jetzt muss ich nicht. Mit der Lohnie verraten. Ich spaziere den Lohnen, ohne mich. Ich habe hier einen Weg mit dem Lohnen. Ich habe mich. Zu wenn ich mich. Denn du bist. Ich hab ich mich. Du bist. Ich habe auch nicht. Du bist. Ich bin weit. Du bist. Ich habe mir das. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Dann... Dann fängt es wieder von vorne an. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Ja, soweit zu Teil 1 für Youtube und zwar Grand Prix. Halt ein, jetzt sehe ich aus wie der im Fernsehen zimmerfrei. Der hat auch immer so eine ganz besondere Locke da oben. Ich habe zwar keine Locke, ich habe Lock-Hand, aber auch tellere Zimmer-Frei. So, schöner Wattbaum. Heute war wieder mal, hier bin ich, wo das war. Und wie immer, mit der Glocke und seinem Platz aufgeräumt. Und das nebenbei auch. Es gehört sich einfach nicht, die Sachen hier in der Natur zu liegen zu lassen. Deshalb, von Wolle zusammen. Hier bin ich. Kommt mit, Feichen rauchen. Kommt mit Bierze, Schappertrinken. Hallo YouTube. Heute mit Gitarre? Neben Bank. Hier rauche ich. Weil der Mann möchte, Henrik, da ist seine Ruhe. Und so lange, kein Qualm. Also, rauchen wir hier. Ich weiß es. Am 30. März 2014. Was damit? Da ist heute. Immer mit Spaß aufgelegt. Bitte bitte schnell laufen dort zur Kamera, damit Sie nicht reinkommen. Achtung! Schnell vorbei. Danke. Ach, ich habe Sie ja nicht mit drauf. Wenn, dann frage ich erst, ob jemand mit gefilmt werden darf. Bis dann. Das sieht man ja. Die Leute hinterlassen ihren Dreck, ihren Müll. Aber aufräumtet keiner. Wolle ist hier. Aber hat die Nebenbank. Die hat er sauber gemacht. Und den Müll nehme ich nachher mit. Ja. Und der kommt nicht auf den Misthaufen. So. Hier ist Wolle. Fertig mit dem Fenster. Musste also neu rein. Die Scheibe habe ich rausgenommen. Sauber gemacht. Und jetzt dichte ich ab. Und mit was? Wolle? Handtuch zerschneiden? Nö. Das haben wir woanders gemacht. Heute haben wir andere Möglichkeiten. Also. Ich zeige euch heute mal, wie man einen BH herstellt aus dem Einkaufstasche. Stopp natürlich, ne? Okay. Geht los. Damit das Video nicht so lang wird, habe ich ihn schon zerschnitten vorbereitet. Wow. Also. Man nehme einen Penny oder Aldi. Ist egal. Ein Kalsbeutel. Dann. Schneide man. Ringsrum. Für den Rahmen zum Abdichten. Schneide man ganz einfach zwei solche Bänder aus. Komm her. Du darfst auch mal fallen. Okay. Und dann. Habe ich zwei Henkel. Die man sieht. Und so. Habe ich auch eine BH. Ja. Hahaha. Wolle ist immer. Hallo. 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 . Ich bin der für, der dir ein Leben lebt, dazu klopp ich auf mein Holz. Lass, wenn deine Seele ab und läuft, mit weiten Sternen, erhebe ich Glück. Wenn dein Künstlich-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht. Wenn dein Künstlich-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-Nicht-N Ich brauch' kein Colt, denn ich heut' lieber Trub' ein Supersonde angebot. Ja nur dort, wär' die beiden Hälfte sein, weil der Mensch heut' nicht mehr vertraut. Ja nur dort, wär' die beiden Hälfte sein, weil der Mensch heut' nicht mehr vertraut. Ja nur dort, wär' die beiden Hälfte sein, weil der Mensch heut' nicht mehr vertraut. Ja nur dort, wär' die beiden Hälfte sein, weil der Mensch heut' nicht mehr vertraut. Ja nur dort, wär' die beiden Hälfte sein, weil der Mensch heut' nicht mehr vertraut. Ja nur dort, wär' die beiden Hälfte sein, weil der Mensch heut' nicht mehr vertraut. Ja nur dort, wär' die beiden Hälfte sein, weil der Mensch heut' nicht mehr vertraut. Ja nur dort, wär' die beiden Hälfte sein, weil der Mensch heut' nicht mehr vertraut. Ja nur dort, wär' die beiden Hälfte sein, weil der Mensch heut' nicht mehr vertraut. Mit deinem Kerners, Knechtem, Füße und Unruhe, Lühe, 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 Lühe. Mit deinem Kerners, Knechtem, Füße und Unruhe. So, hier ist Wolle fertig mit dem Fenster. Musste also neu rein. Die Scheibe habe ich rausgenommen. Sauber gemacht. Und jetzt dichte ich ab. Und mit was? Wolle? Handtuch zerschneiden? Nö. Das haben wir woanders gemacht. Heute haben wir andere Möglichkeiten. Also, ich zeige euch heute mal, wie man einen BH herstellt aus dem Einkaufstasche. Stopp natürlich, ne? Okay. Geht los. Damit das Video nicht zu lang wird, habe ich ihn schon zerschnitten vorbereitet. Wow. Also, man nehme einen Penny oder Aldi, ist egal. Einkaufsbeutel. Dann schneide man ringsrum für den Rahmen zum Abdichten. schneide man ganz einfach zwei solche Bänder aus. Komm her, du darfst auch mal fallen. Okay. Und dann habe ich zwei Henkel. Die man sieht. Und so habe ich auch eine BH. Was? Was?